So, wir sind wieder bei Among Us, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Ferienaufnahme, ich weiß es nicht, ob ich nächste Woche, keine Ahnung, irgendwie Zeit habe und irgendwie aufnehme, keine Ahnung. Ich bin auch wieder dabei, Leute, alles klar. Aber wir gucken mal, dass wir noch ein paar Folgen aufgenommen bekommen und sind jetzt erstmal auf Polos, ist das für euch okay? Ja, ja. Gut, wir sind sie für heute einem Poster, wir werden gleich feststellen, ob der Rest funktioniert. Wir starten einfach mal und gucken, wie es läuft. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Among Us, aber für die Fans bin ich natürlich dabei. Sehr gut. Ja, ich auch. Viel Spaß und viel Erfolg. Dann bin ich auch gemutet. Und wir gucken mal, nehmen wir eigentlich, habe ich Bild, Bild habe ich, Ton kommt rein. Zweie Imposter waren das jetzt, ne? Alles wunderbar, die Anzeige davon funktioniert auch. Einer, zwei? So, dann haben wir erstmal wieder hier die Geschichte direkt gemacht. Da drüben gibt es was zu tun. So, Nico hat hier mitgewurschtelt. Robcho ist in die Richtung, genau, Robcho ist in die Richtung, okay. Da hinten, ah, da hinten kann man jetzt auch hin. Robcho ist da runter, Benny geht da runter. Benny ist immer noch hier, Robcho ist hier. Jetzt gehen die wieder da weg. Jetzt kommt Xehan. So. Xehan geht auch. Warum sind die wieder weggegangen, Dings und Dings? Das war merkwürdig. Das müssen wir uns mal merken. Das müssen wir uns mal merken, dass, ähm, das, äh, hier, weißt du schon, und Robcho und, oh, okay. Robcho findet Reggie. Da ist er tot. Okay, wo war das? Ich wollte die Poste nicht zu schwer machen. Reggie ist tot, er liegt in O2. Okay. Aber wir waren doch jetzt fast alle am Anfang oben rechts in dem Bereich. Also, Xehan war da die ganze Zeit, den kann ich clearen. Ja, du warst auch da oben, du warst auch da oben, du kannst auch nicht da runter sein. Ja, das ist die ganze Zeit, aber am Ende war Conan in den Specimen rumgegangen. Robcho ist erst Richtung, Richtung dem Gang, wo es zu Specimen runter geht, dann hat er sich aber umentschieden und ist mit Benny zusammen wieder in Richtung, nach Richtung. Ja, ich habe kurz auf Freitets geschaut und dann habe ich gesehen, dass ein grüner Tod war und dann habe ich halt gesucht. Ach, du bist Wissenschaftler? Ne, ich bin Scientist. Und wer war das, der jetzt am Ende in den Specimen rein ist, das war Conan, ne? Ich bin jetzt Richtung Specimen runter, ja. Okay, also dann sind wir drei, waren da ja dann, also wir können es ja dann schon mal nicht sein. Also der Kill ist schon ein bisschen was her, also. Aber wenn wir, warte mal, wir waren glaube ich natürlich die ganze Runde in der Ecke. Also wer mit Reggie in der Linkse gelaufen ist, irgendjemand, der war es dann wahrscheinlich, ich meine, wer auch, also höchstwahrscheinlich war der Rasierer. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Kill tatsächlich schon, äh der Kill, der Kill tatsächlich schon eine Weile her ist. Ah, Conan ist es. Wenn du sagst, also in dem Moment, wo du umgedreht bist, wenn da der Kill war, kann es eigentlich nur Rasierer gewesen sein, weil alle anderen in der Zeit oben rechts waren. Ich blame das schon direkt, ja alles klar. Nein, ich blame nicht, ich sage nur... Lass mal Conan, lass mal Conan voten. Ich sage nur, dass das... Ja, das stimmt. Also entweder es war Rasierer oder es war dann Benny oder Robchoo, aber dann sehr... Ja, aber ich war es ja nicht. Die andere Option wäre, Robchoo sagt nur, dass er Wissenschaftler ist und es ist nicht so. Das wäre die andere Option, aber... Ja, aber da würde ich ja lügen. Rein vom Ausschlussprinzip her wäre es jetzt schwierig, dass es einer von den anderen hätte. Wobei, ne, Xean kam ja auch eigentlich gleich danach hier hoch. Der kann nicht sich so schnell... Nee, nee, Xean ist garantiert clear. Also, okay. Mit dem Vent kommt man auch nicht... Wobei, wie schnell kommt man mit dem Vent von O2 da weg? Zwei Minuten. Wie sind denn da die Verbindungen? Wir haben nur einen Popstar, oder? Wie sind denn da die Verbindungen? Ja, ja. Okay. Nee, die Verbindungen sind... Nee, 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 das schafft man nicht. Also ich kann... Ich kann euch aber, wie gesagt, auch beide eigentlich clearen. Ach, dann wird es gar nicht geskippt. Ja, ist ja auch egal. Ich bin es ja nicht. So, okay. Aber schon mal gesagt. Also 50% Rasierer. Okay. Rasierer ist Sassi. Einfach rein vom... Vom Logischen her. Ich wollte hier runter. Ich traue jetzt mal auf Robju. Wenn ich Pech habe, habe ich Pech. Weil er könnte halt lügen. So, das ist die einzige Geschichte, wie das hier schief gehen könnte. Er könnte lügen. Aber keine Ahnung. Wäre witzig. Wäre witzig, weil die Geschichte eigentlich nicht schlecht ist mit dem so. Er hat es über Dings gesehen, ne? Das wäre eigentlich ziemlich witzig. Ich sehe an. Ja, wo ist denn dieses Download-Ding? Ach, das ist... Ah, das ist bei Communications. Naja, dann machen wir erstmal kurz den Kollegen hier außen. Dann ist da unten noch irgendwas. Direkt hier drunter. Ah, das ist das Ra-A. Die Räder sind immer dumm. Hallo. Dankeschön. So. Jetzt geht es, glaube ich, zum nächsten Rad. Nico, Xehan. Genau, hier ist der Upload. Im... Ja, das... Der war es wohl nicht. Das ist jetzt schlecht. Das ist... Das ist insofern schlecht... Also Robjoe oder Benny. Das ist insofern schlecht, weil der in Specimen liegt. Und ich habe Specimen verlassen, wo Conne noch da war. Und Rasierer kam mir entgegen. Und dann war ich auf dem Weg zu meiner nächsten Task. Dann habe ich Weititz nochmal gecheckt. Dann war er tot. Dann bin ich wieder zurück zu Specimen gelaufen. Und dann war halt Conne nicht mehr da. Aber Rasierer war dann tot. Er liegt jetzt in Specimen. Er liegt jetzt in Specimen. Also als ich raus bin, kam mir Xehan entgegen. Genau, ich war einmal an dir vorbeigegangen. Und was war da in Specimen losgesehen? Also ich habe Rasierer nirgends gesehen. Ich bin dann oben wieder raus und war dann noch in Office ein Task machen. Also müsste, wenn wir beide die Wahrheit sagen, es nachdem ich raus bin und du auch durch bist, passiert sein? Also ich... Wenn ihr alle die Wahrheit erzählt... Nachdem ich raus war, sind locker nochmal 40 Sekunden vergangen. Ich glaube, wenn alle die Wahrheit erzählen, dann gibt es einfach gar keinen Imposter. Nee, nee. Nico, habe ich dich nicht auch irgendwo kurz gesehen? Am Anfang? Ja, wir waren einmal kurz... Also ich war einmal kurz... Ich war aber gar nicht in Specimen diese Runde. Da muss ich tatsächlich noch hin. Ich war einmal kurz an Connen und dann direkt an Nico vorbeigelaufen. Das war links bei Weapons, glaube ich. Wie wär's denn, wenn wir erst Xehan voten und danach Connen? Ich war am Anfang der Runde in Communications und dann in O2 Electrical und so. Ja, noch können wir es geben. Am Anfang dieser Runde war ich noch eine Weile bei Benni. Ich glaube, wir hatten beide einen Upload gemacht. Wir können es doch spannend machen. Wir voten jetzt erst Xehan, dann nutzen wir den Button und voten Connen und dann sehen wir, wer er noch lebt. Ich bin aber der Meinung, dass Xehan den ersten Kill nicht hätte machen können. Ja, das finde ich auch schwierig zu verössern. Dann nehmt doch Connen. Also ich würde von der Milch-Voten-Strategie und dann Connen-Voten-Strategie gerne absehen. Also wie ist es denn mit, was hat Benni denn gemacht jetzt gegen Ende der Runde? Der hat zwei Leute gekillt, aber den voten wir jetzt nicht. Ich war am Ende... Ich bin gespannt, ob Robjo auch die dritte Leiche findet. Da bin ich auch gespannt. Das weiß ich. Das ist bei Self-Reports. Das werden ja nicht ausreden. Oh, wir haben nicht eingestellt, dass die Anonymi sitzen. Ja, ich habe am Ende halt den Müll rausgebracht. Dass nicht mal einer mich votet, das ist ja auch sprach. So, kriege ich jetzt mal einen Upload wieder gemacht. Das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn ich meinen Upload hinbekomme. Jedes Mal beim Download kam der erste Dings und jetzt beim Upload kam der erste, äh, der zweite Dings. Geil. Okay, jetzt geht das los. Aber ich meine, gegen sieben hat es einen Imposter schon echt schwer. Ich sehe schon jemand. Hier ist noch niemand. Wer war auf der anderen Seite? Ich sehe anscheinbar. Ich muss wieder zu den Reifen. Na ja, ja, zu den blöden Rädern. Da muss er auch hin. So. Gut. Gut, dann, dann nicht. Dann halt nicht, ne? Okay, wie hat Xehan das zeitlich geschafft? Das frage ich mich jetzt wirklich. Weil Robchu kann es jetzt nicht gewesen sein. Die Geschichte von Robchu muss also stimmen. Die Geschichte von Robchu muss stimmen. Der hat auf jeden Fall gesehen, wann der Tod gekommen ist. Aber Xehan war kurz danach sofort bei uns. Kann man so schnell von da unten da hoch wenden? Das wäre schon crazy. Das wäre schon echt crazy. Ich bin eh kein Engel, also ich kann nicht schützen. Schützen könnte. Okay, ich bin ziemlich sicher, dass es Benny ist. Aber natürlich nicht hundertprozentig. Aber ich habe jedenfalls, ich war mit Tars fertig. Aber kann nicht verschieben. Ich habe dann im Vitals geschaut und gesehen, dass Conan tot war. Und dann kam Benny aus Richtung von links. Und ich war ja schon, wieso schon saß auf Benny. Dann bin ich in die Richtung gegangen und Conan lag dann im Boiler-Rum. Also links unten auf der Map. Oder Benny, also... Okay, Nico, aber... Nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht. Ja. Nee, ist schon gesehen. Nico, ich habe vor dir, bevor du bei Vitals warst, habe ich selbst bei Vitals nachgeschaut. Dann bin ich nach links gegangen. Und habe tatsächlich einen Conan gesehen. Also es gibt safen und shapeshifter, aber ich konnte ihn nicht entshiften, da ich ihn nicht verfolgt habe, da ich Conan suchen wollte. Aber habe mir gedacht, ich mache mich am besten weiter Tars. Ich glaube, das ergibt Sinn, ich glaube, das ergibt Sinn, dass es Benny sein könnte, weil da stand ja auch eben, dass der Schutzengel gerade jemanden beschützt hat. Und ich stand nämlich am Ende zusammen mit Benny beim rechten Seismaker, also dieses... ...hat nämlich Benny beschützt. Ich habe es beim ersten Mal eine Leitung verbrannt, Leider. Ja, also... Also ich kaufe... Ich kaufe es jetzt Benny auch nicht 100% ab, aber es ist jetzt halt die Frage, ob wir jetzt voten müssen oder nicht, weil wir ja kaum noch Tars... Ich würde nicht voten. Ich würde nicht voten. Ich würde skippten, da ich noch zwei Tars... Ja, ja, skippt. Ich mache den Tars fertig und wir haben es. Ja, also viele Tars sind ja nicht mehr und ein Kill wäre quasi noch in Ordnung. Genau. Aber es ist dann natürlich ein bisschen... ...bisschen risky, ne? Wir gewinnen über Tars. Das ist gar nicht risky. Wir gewinnen über Tars. Ich würde... Also ich bin immer noch der Meinung, dass Cee an Cleo ist von dem ersten Kill. Naja, scheinbar nicht. Wäre ich jetzt zwischen Benny und Robjo und... Scheinbar nicht. Das müssen wir zwar... Ich habe mal Benny geboten. Erroieren wir jetzt? Ja, nein, nein. Also aus meiner Perspektive, da gibt das so. Ich bin so nicht Sass. Wenn keiner von euch... Wenn keiner von euch... Also war am Ende oder so 10, 15 Sekunden vorm Ende noch jemand mit jemand anders zusammen. Also direkt zusammen. Benny, wen hast du gewartet? Ich habe nur Benny gesehen und bin dann direkt da nach links und nach vorne da gefunden. Ja, dann ist es Benny. Gut gemacht, Robjo. Bitte mit den Türken. Gut gemacht, let's go. Ich kann eh nicht schützen. Das muss Wetchy übernehmen. Hat er aber gerade scheinbar geschafft. Scheinbar hat er gerade jemanden gerettet. Wenn auch nicht ich es war. Und... So. Meine Tasks sind durch. Irgendjemand fehlt noch. Benny, ich muss noch Tasks machen. Das heißt, Benny ist einer, der noch fehlt. Jetzt einmal schnell hier. Jawohl. Es ist halt die Frage... Okay, das hat funktioniert. Okay, die sind alle zusammen. Das ist gut. Äh, ja, zwei Nikos. Okay, Nico, damit es fest ist, dass das Zähne ist, oder? Okay, ja, krass. Das ist natürlich, äh... Interessant. Ja, ich meine, ich habe doch gesagt, mich macht so schön zwei Nikos auf einem Haufen. Ey, Robjo, du warst richtig gut diese Runde. Ich hatte keine, ich hatte keine andere Wahl, die hätten über Tasks gewonnen. Ja. Ja, ja, klar, aber in der ersten Runde... Aber ich bin echt gespannt, wie das funktioniert hat in der ersten Runde, weil du warst echt schnell bei uns. Und vor allem, ich habe mich direkt gekillt. Lass mal Benny wohnen. Für mich ist es Benny, ihr Vollidiot. Ich stand am Anfang, also ich bin am Anfang zu den Kommentars gegangen, die ja alle, und dann habe ich brav einen Moment gewartet, geguckt, wo alle hingehen, habe gesehen, dass nur Reggie nach links geht, habe ihn direkt verfolgt. Und wirklich in dem Moment, wo mein Kill Cooldown weg war, habe ich ihn weggemacht und bin sofort weggerannt und zum Labor. Crazy. Ich habe aus der Runde... Da habe ich zwei Kits verhindert. Und ich hatte echt das Gefühl, du warst einfach die ganze Zeit da mit. Ja, ich war auch ab so 20 Sekunden in die Runde, bin ich da aufgetaucht, also dass die Perception kommt schon ungefähr hin. Also Nico, wenn ich nicht geskippt hätte, hättet ihr verloren. Ja, dann hättet ihr, wenn ich rausgekommen hätte. Unfassbar. Aber ich kann durchaus verstehen, dass er Sas gewirkt hat, weil Xian eben durch die erste Runde hatte er diesen ziemlichen Schutz in uns. Ja, danke, Benni, dass du, dass du... Aber ja, Robchart hat alles richtig gemacht, habe ich auch gesagt. Ich habe es leider nicht rechtzeitig hinbekommen, einen von Nico oder Conan zu töten. Das wollte ich nämlich schon in der zweiten Runde, ich habe euch aber nicht zu fassen bekommen, leider. Ja, aber das hat meine Position nochmal geserkt. Ja, vor allem am Anfang war er Rasierer auch ein bisschen sass. Der Protektor war mega dumm, Alter, der hat zwei Leute gesaved. Das war so witzig, weil es geht zum Zeiss mit. Der war voll stark. Das war so witzig, weil ich war ja mal in Tasken, sie hat mich erfolgt. Der war, das heißt, Mick, gehe ich da hin, dann lag sie anstehen, dann gehe ich da oben links, ist dann Nico, okay. Dann gehe ich nach rechts und dann ist da unten auch Nico und ich bin. Der ist aber schnell hier. Das Problem ist, du wurdest, Rob, du wurdest gesaved durch einen Schutzengel und danach habe ich Panik bekommen, weil ich wusste, dass ihr nur noch einen Task habt oder so und da habe ich mich schnell in Nico verwandelt, wo ich einfach ein bisschen grauenstiften. Ja, das sah aus sehr lustig aus, aber... Ja, also Nico... Wenn ich nicht dazu gekommen wäre, dann hätte es sogar noch... Ja, aber die hatten nur noch einen Task, also das war nur noch eine Sache von 20 Sekunden oder so. Also, er hatte den Komplettasch. Ich hätte nicht mehr zwei Leute kennen können in der Zeit, das war unmöglich. Also, er hätte... Das Einzige, was ich noch hätte machen können, vielleicht wäre Knopf drücken und drauf drängen, dass wir Benni rauswoten, aber das wäre auch nicht konzentriert gewesen, glaube ich. Also Nico, das wäre echt krass von dir, dass Benni so hart verdächtig ist. Müssen wir woten? Nein, aber ich wote ihn trotzdem. Dann sollen wir vielleicht die Wahrscheinlichkeiten für Scientist uns auch unterstellen. Ich glaube, 50% ist ein bisschen viel. Kann ich machen. Also, der Schutzengel ist schon hart broken, wenn es nur noch einen Poster gibt, ehrlich gesagt. Ja, ich kann die wieder runter. Ich kann auch wieder machen, dass es weniger wie zwei sind. Das hatte ich bei den acht Leuten gemacht. Ich kann auch wieder nur eine pro Dings. Mach mal bitte einen Schutzengel mit, ein bisschen weniger Wahrscheinlichkeit. Ach so, jetzt kann ich ja... Jetzt habe ich genug ernst gespielt. Jetzt kann ich wieder rein. Ich mache mal alles auf 30% und jeweils eins pro Runde. Jeder so drunter, so drunter. Okay. Oh ja, Rob2 für mich war halt Benni Sass, weil er, wie gesagt, der halt dann auch noch aus der Richtung kam. Ja, okay, ich verstehe es ja, dass du den verdächtig findest. Okay, aber erst fragst du, müssen wir? Nee, dann votest du ihn trotzdem, wo du es nicht musst. Und dann habe ich halt geskippt. Man hat auch gemerkt, wie Xehan aufs Voten gedrängt hat. Das hat man... Also, wenn man es weiß, dann hat man es gemerkt, wie es seine Strategie gelaufen ist. Aber leider ist es halt... Ich habe das doch alles schon vorher gewusst. Es ist ja aber langweilig, wenn man nie votet und immer nur Jahre gewinnen. Eher oft hast dann... Das Problem ist halt bei mir... Als ich vorhin was cooles vorgeschlagen habe, von wegen voten, erst Colin und S, Colin, dann Xehan, da hat dann kein... Das... Das wolltest du denn nicht? Das hat mir direkt gewinnen können. Ja, weil für mich Colin und Xehan clear waren. Ich habe doch gesagt, dass wir auch Xehan und Xehan und Conan. Du hast doch gesagt, erst Xehan und Conan. Hätten wir direkt Xehan geworden, hätten wir plötzlich gewonnen und uns gedacht, hä? Ja, ich habe gesagt, ich bin vernünftig. Vernünftig wäre es gewesen, zu vertrossen worden. Aber er wollte ja unbedingt weiterspielen. Ja, hätten wir mal auf dich gehört. Hätten wir mal auf mich gehört, jetzt spricht nur noch Scheiße. Wir hören jetzt immer auf, auch wenn wir wissen, dass er Impostor ist. Jetzt ist Rob schon Impostor und wenn wir auf ihn hören, haben wir ein Problem. Ich kill direkt Veggie. Wenn er jetzt direkt stürmt, dann bin ich jetzt. Ja, ich bin jetzt... Nee, komm, das ist jetzt... Regel Nummer 1, wenn wir Veggie killen. Okay. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, jetzt Impostor zu werden, ist ja wieder viel geringer. Boah, so viel auf einem Haufen. Wer ist denn da gleich weggelaufen eigentlich? Wer warten ist, der da gleich weggel... Ah, das ist da unten drin, ne? Ups. Wer ist denn da gleich weggelaufen am Anfang und hat nicht den Schlüsseltask gemacht? Haben die nicht alle diesen Schlüsseltask? Ist das nicht so ein Task für alle oder so? Ich weiß es nicht. Sieht man das irgendwo ran? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. So. Ach, Fixleids. Uninteressant. Blöpp. Blöpp. Okay. Ist ja noch niemand tot. Einmal Upload. Upload. Bitte nicht deswegen währenddessen eine Leiche finden. Das ist ja voll cool. Danke. Und jetzt ist dieser... Warte, wie funktioniert das? Man muss es runterziehen und dann läuft da jetzt diese... Ja, dann läuft diese Zeit ab. Okay. Das ist dieser Minutentask wieder. Nico macht Räder. Scheinbar. Rasierer läuft da rum. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Sehr schön. Jetzt muss ich einmal da hoch. Aber die andere, die 30 Sekunden sind noch nicht rum. Äh, die Minutentask ist noch nicht rum, glaube ich. Dann können wir auch einmal fix hierher gehen. Als muss mindestens... Also mindestens ein Kill muss schon passiert sein. Mindestens ein Kill muss schon passiert sein. Ich habe ja gleich alle Tasks durch, wenn noch nicht eine Leiche gefunden wurde. Reggie ist da oben. Warum ist hier zu? Okay, hier ist einfach zu. Jetzt ist eine Leiche gefunden worden. Ich habe Rasierer gefunden. What the heck? Ich wollte gerade Rasierer. Robchu, warum standst du neben dem rum? Ja, weil ich hier reporten wollte. Okay. Du hast noch einen Reporten. Robchu stand ein paar Sekunden neben der Leiche. Und erst als ich rangegangen bin, hat er reportet. Echt? Ja, interessant. Okay, vielleicht gab es einen Delay bei dir oder so. Aber Robchu kann es ja nicht sein, weil Reggie lebt noch. Nein. Das war unten bei Weapons. Also das wirkt schon etwas perfekt auf mich. In Weapons. Also man hätte es nicht gesehen, wenn man da am Eingang vorbeiläuft. Es ist genau an dieser Ecke zum Eingang quasi. Ja, genau. Interessant, weil ich bin vorher aus Richtung Office. Also ich habe in O2 Tasks gemacht. Das hat eine Weile gedauert. Unten im Boiler Room da diese Räder drehen und so. Aber ich bin da vorher lang und da war er dann jedenfalls noch nicht da. Also ich kann sagen, es ist vielleicht, keine Ahnung, 15 Sekunden oder 20 Sekunden her. Ja, da war ich noch beim, äh, ja, äh, Medbay oder, ne, wie heißt das nochmal, wo wir die Sekunden noch leben. Weitels. Weitels, genau. Da war ich, da haben noch alle gelebt und Rasierer war noch neben mir. Okay. Also 15. Ja, ja, dann war es recent. Okay. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Dann ist es natürlich wirklich möglich, dass es einfach Robchoo war und der dann da einfach noch stand. Für mich, für mich sah das halt wirklich so aus, weil der hat ihn halt wirklich erst reportet, wo ich krank kam. Also ich wollte ihn halt gerade selber reporten, aber dann hat Robchoo den Knopf gedrückt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Xeana bei mir ein bisschen sass ist, weil er am Anfang die Kommentars nicht gemacht hat. Einer ist tatsächlich, einer ist direkt runtergelaufen und alle anderen sind zum Schlüssel, ja. Das war ich nicht. Ich habe, ich habe, äh, ich habe erst den Linken, ich hatte beide Tasks, ich hatte beide Tasks. Ich habe eine wichtige Frage, Leute, hallo, ich habe eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt vorschlage, dass wir erst Reggie voten, dann Benni, würdet ihr mir da jetzt folgen oder ihr nicht? Also Benni ist von mir ganz schön, Mann, wenn wir erst Robchoo voten. Also Benni hätte nicht mehr einfach klicken können. Ich habe jetzt, ich habe jetzt für Robchoo gevotet, aber, ähm, nochmal, also ich habe im Dropchop, ich habe im Dropchop erst... Endlich werde ich gevootet. Okay, ich würde Robchoo, wenn es nicht ist, dann würde ich Xean. Das läuft perfekt nach Plan, diese Runde. Klingt schon so, oh mein Gott. Ja, I'm sorry. Das ist jetzt, äh, okay, dann, 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 aber, okay, der, ich, der ihn beschuldigt hat, ist Xean. So. Warum sollt ihr ihn beschuldigen, wenn nichts war? Also UiTalk verstehe ich nicht. Also verstehe ich absolut nicht. Aber warum würde dann, also, hm. Ist gerade Xean zu mir gelaufen? Nein, Nico, okay. So, ich bin eh mit Tasks durch, ne, ja. Reggie ist auf der anderen Seite, ist noch jemand auf der anderen Seite? Nein, okay. Ja gut, können wir uns jetzt ein bisschen umgucken, würde ich sagen, ne. Wir haben ja nichts zu tun weiter. Aber wir sind die Türen wieder auf, mal... Okay. Ich will ja Xean roten. Wobei mich schon interessieren würde, warum Nico die ganze Zeit am Button rumstand und nichts gemacht hat, scheinbar. Äh, weil ich auch den Button drücken wollte. Ich würde interessieren, warum Rob, wenn das stimmt, was Xean gesagt hat und Rob hat es ja nicht mal verneint, warum er neben der Leiche stand und sie nicht reportet hat. Also ich verstehe es halt auch echt nicht. Ja, es kann... Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, Xean rauszuvoten, weil wir halt nicht wissen. Also ich kann euch sagen, dass... Also Rob tut halt auch gerne mal. Das kann halt wirklich sein, dass das einfach stimmt und dann haben wir einfach Xean noch unnötig rausgevoten. Aber wenn jetzt wir nicht irgendwie anderweitig noch sass sind, dann würde ich... Also ich würde eher dafür plädieren, zu überspringen und auch... Ja, wir können ein Problem, es sind fünf Leute, der muss noch zwei Kills machen, also I don't know. Ja, drei Kills. Ich bin übrigens... Ich bin übrigens durch mit den Tasks, also ich laufe jetzt nur noch so rum. Ich habe noch zwei Tasks, aber an einer Stelle... Ich laufe nur noch rum und versuche, am Leben zu bleiben. Ja, und Reggie, weil du gefragt hast, warum ich beim Button stand, weil ich den auch drücken wollte, weil ich erst dachte, so jetzt müssen wir nochmal... Aber dann kam ja das Seismic und dann bin ich da... Dann kam ich auch noch und wollte den Vfab auch drücken. Ja, dann kam ja das Seismic, dann bin ich hoch und danach bin ich dann zurück zum Button und dann war ich ja am Ende mit da. Okay. Ja. Gut, äh, skip. Benni. Okay. Sehr gut. Benni findet sich selbst als... So. Aber immer. Ja, gut. Ähm, also... Ja, ne. Weiß halt nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich wette, dass mit ihm am Leben bleiben klappt nicht. Oh mein Gott, wie viele noch. Gehst du nach da, ich gehe nach da, cool. Gut. Okay, hier liegt auch niemand totes rum. Easy. Das war wirklich sehr. Also hatte ich doch... Das war richtig, das war richtig tragisch. Ich habe die ganze Zeit niemanden alleine erwischt, ey. Das war richtig tragisch. Ja, sorry, Rob. Du, startst du. Startst du. Ich habe auch auf den Mann, wo habe ich dich. Ich habe einen Kill gemacht, bin dann schnell runtergegangen, um mich zu verstecken und stand da locker 20 Sekunden und dann bin ich hochgegangen. Robju stand da, Robju guckt mich an, ich gucke Robju an, locker zwei Sekunden und dann trifft er auf WePot und ich denke mir schon so, scheiße, er muss doch jetzt wissen, dass ich den gekillt habe, aber er sagt einfach nichts. Oh, was ein episch, als wäre so geil gewesen, dass ihr mich nächstes Jahr angebotet hättet. Oh, schön. Du hättest halt... Du hättest... Du hättest... Du hättest... Du hättest einfach sagen müssen, dass ich es war, weil ich meine, ich kam aus einer fucking Ecke, in der nichts ist und da lag eine Leiche um die Ecke. Ja, aber so war das viel lustiger. Das war... Ich habe wirklich zwei Minuten niemanden alleine erwischt, zwei Minuten lang oder wie lange auch immer die Runde ging und dann habe ich so gedacht so, fuck, 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 die sind so rum, stimmt gleich mit den Tast durch. Ah, da ist Rasierer, direkt gekillt und um die Ecke gegangen, weil ich literally keine andere Wahl hatte. Das war richtig tragisch. Und dann bin ich da und stehe einfach bedrohlich. Ja, das war richtig tragisch. Ihr seid alle in Gruppen rumgelaufen oder es war mir zu unsafe, war mitten in der Freiheit, das war richtig dumm. Aber das war doch voll gut von dir, ich wurde rausgewordet, da hast du doch wieder alle Trümpfe in der Hand und da hast du nichts draus gemacht. Ja... Aber du wolltest sozusagen Sass wirken. Ey... Dann war die Tast... Dann war die Tast aber wieder fast am Ende und dann hatte ich wieder Pech. Das... Ich hätt' ja auch sagen, ja, alle. Ich bin einmal... Ich bin einmal um die halbe Map gelaufen, war schon wieder keiner alleine. Ich hab kurz überlegt, ob ich Nico kenne, wo ich gerade am Vitals stand, aber da dachte ich so, da kommen sie auch schon wieder gleich alle um die Ecke und da kam dann auch gleich Reggie um die Ecke, wo ich war. Mega, Alter. Was soll ich nur sagen, ich kann dieses Spiel halt. Also... Ja, scheiße. Ich hab euch alle geplayt, so jetzt spiel ich wieder richtig. So, nächste Runde. Ja, ich dachte mir halt, dass Rob es auch macht, oder? Ich will nicht mehr ein Poster sein. Danke Reggie, dass du mich getrusted hast. Danke schön, Jan. Gerne. Ja, dann... Ich sag doch, wir müssen einfach auf Rob über. Ja... Nächste Runde. Ich... Ja... Ja, leider, guten Runde macht der Rob Chim dann eine Trollrunde. Ich... Ich hörte dich nicht, okay? Ich geh jetzt auf die Aktion. Ja, okay, danke. Es ist echt ein gutes Spiel. Okay. Oh. Oh, ich krieg da... Ich bin zu schlecht dafür, ne? Alter, irgendwie... So, jetzt. Da rüber will ich. Okay. Ist das... Hä, wo ist denn das? Ach, das ist das Fernrohr. Oh. Ah, hier. So, dann... Okay. Spacimen sind zwei Sachen. Ah, das ist einmal die Nummer und einmal das andere, ne? Ja. Freaking Simon says. Sehr schön. Und das andere sind die Nummern. Was? Jetzt sind wir schon zu viert hier. Interessant. Nach Möglichkeit keinen Gruppenkill. Oh, ich muss hier ran. Nico ist auch noch gerade dazugekommen. Aber was ist denn hier los? Alles sind dazugekommen außer... Benni, ne? Nein! Ich hasse alles. Ja, wo hatte ich jetzt das letzte? Ich hab keine Ahnung. Also muss ich erst mal kommen. Ist mal... Okay, komm, ist das gefixt? Ach, da... O2 muss ich. Okay, O2 muss ich. Gut, Benni könnte ja auch schon tot sein. Kommt mir gerade, wenn ich sage so. Alle außer Benni sind da. Wett ist Benni ja dead. Okay, Benni... Reggie haben wir gerade noch gesehen. Ein Shapeshifter, Benni. Ja, das war... Nie, hab ich aus dem Auge gesehen. Ja, das war ein Shapeshifter. Als ob ihr jetzt Reggie gekillt habt. Shapeshifter. Ich hab doch gerade noch Reggie gesehen. Ja, wir waren gerade noch alle zusammen. Also ich hab einen Benni Reggie killen sehen. Aber das war ein Shapeshifter, sagt ihr. Kann das jemand bestätigen? Jaja, also... Ich hab halt... Jungen, du bist Benni. Du kannst es nicht bestätigen. Du bist Benni! Das wusste er auch noch nicht. Wo war das denn jetzt, Benni, der tot? Das war vor Weapons. Also ich stand in Weapons und hab vor der Tür den Kill gesehen. Ich habe gerade noch Reggie da lauf... Also ich war gerade bei Vitals da in der Ecke. Ich bin gerade noch aus Richtung... Also wir sind ja alle von diesem... Wo ist denn die Leiche überhaupt? Wo ist die? Weapons. Ja, über Weapons am Eingang. Da hab ich gerade ja noch Reggie reinlaufen sehen. Und dann... Waren wir ja da alle irgendwie in der Ecke. Conan ist dann... Aber Conan ist gerade weggelaufen. Also ich kann das mal aus meiner Perspektive erzählen. Ich bin gerade nach Weapons reingegangen, weil ich einen Download machen musste. Das interessiert doch keinen, Alter. Weil ich einen Download machen musste und da stand ein Benni. Ich weiß nicht, ob das der Shapeshifter oder der echte war oder was auch immer. An den Weapons und hat das mit den Asteroiden gemacht. Und dann habe ich mich an den Download gestellt. Und während der Download lief, habe ich vor der Tür gesehen, wie ein Benni Reggie gekillt hat. Und dann entweder ein anderer oder derselbe Benni reportet hat. Das konnte ich nicht erkennen. Also nehmen wir mal an, es wäre ein Shapeshifter. Wer wäre denn in der Lage gewesen, von der logistischen Seite her diesen Kill durchzuführen? Alle. Ich weiß nicht. Alle. Alles klar, Conan. Naja, pass auf. Kurz vorher waren wir alle zusammen in Office. Das ist richtig. Mit Reggie. Ich habe Conan. Wir waren fast alle bei Communications. Richtig. Also Reggie hat Communications gefixt. Genau. Da bin ich gerade noch hoch. Genau. Und dann kam uns Conan entgegen. Und dann sind, wie gesagt, ich bin dann direkt nach Weapons ein. Und Reggie hat noch kurz einen Umweg gemacht, wohin auch immer. Und ist dann halt vor der Tür gekillt worden. Ja, ich bin Richtung O2. Ja. Und wo war Rasierer? Also ich war an der Zeit lang in den Kameras. Und dann habe ich den Baum gemacht. Und danach zuletzt war ich jetzt in den Meuler rum und die Räder gemacht. Kannst du das machen oder eher nicht? Ich würde sagen, wir skippen. Ich skippen. Ja, machen Vorschlag. Ne, jetzt ist es zu spät. Wir skippen. Ich habe mal Bauchgefühl-Rasierer gewartet, weil ich den als einzig gesehen habe. Aber ich habe den gewartet. Geil. Ich habe den als einzig nicht gewartet. Es gibt immer noch viele Möglichkeiten. Aber ich meine, Rob2, Rob2, Conan und ich waren die ganzen ersten Teil der Runde zusammen. Und naja. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten die Tasks erhöhen. Das ist für den Impostor grad schon ziemlich schwierig, weil die Tasks sind schon echt schnell durch. So, Xehan geht jedenfalls tatsächlich zu seinem Download, den er machen wollte, müsste. So, jetzt fehlt nur noch das da oben bei Laboratory. Let's go. Und dann kann ich in Ruhe andere Dinge machen. Ach nee, okay, das ist... Das läuft jetzt noch drauf. Nee, das war's. Das war's. Dann kann ich jetzt auch Lights fixen gehen. Okay, ich fixe nicht mehr die Lights. Aber ich kann gucken, wer sie gefixt hat. Okay, ich kann nicht gucken, wer sie gefixt hat. Eine halbe Sekunde. Rob2 liegt im Labor. What? Wo, 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 wo im Labor? Ich war gerade eben noch im Labor drin. Gerade eben. Ich würde sagen, Conan ist doch in die Richtung gegangen. Wo im Labor? Ich war an dem... Da liegt an der Task, wo man eine Minute warten muss. Ah ja, bei diesem Anomalie-Dingens. Okay, ich war links in dem linkensten Raum vom Labor. Wo man den Schalter... Das hab ich gesehen, Conan kam. Ich bin ja Richtung Electrical, aus Richtung Labor ins Electrical gegangen, um Light zu fixen. Und Xeon war dann auch mit da. Genau. Ah, wenn ich noch ein bisschen nach rechts gelaufen wäre, hätte ich mehr sehen können. Schade. Dass Conan da in die Richtung gegangen ist, ja. Bisschen mehr nach rechts noch. Also, Conan war... Conan war am Anfang mit mir nach unten links gegangen. Dann war ich aber, äh, abgebogen, weil ich noch einen Download machen musste. Genau. Du bist, wie du es gesagt hast, zu Weapons rein. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich das Ding. Es könnte immer noch Conan sein. Ja. Es könnte Rasierer sein. Es könnte Benni sein. Ja. Nee, Benni kann es nicht sein, oder? Nee, nee. Ich hab, äh, Astrid... Wenn Benni doch den Formwandler Benni gesehen hat, dann kann das ja nicht sein. Ja. Das ist ja schon schwierig. Ja, das Problem ist halt, das Problem ist halt, es hat niemand anders diesen Formwandler gesehen. Also, entschließe ich mehr. Ich hab, ich hab halt den Gefühl gesehen. Ich hab aber nicht, ich konnte nicht, ich konnte nicht einschätzen, ob das ein Formwandler ist oder nicht. Aus meiner Perspektive hätte es auch Benni selber sein können. Ach so. Richtig. Deswegen, also wir... Aber jetzt können wir auch mit Tasks gewinnen. Jetzt ist die langweilige Methode, glaub ich, wieder am besten, oder? Ja. Ja, was ich auch gerade noch gesagt hab in der Aufnahme, wir sollten vielleicht die Tasks hochstellen. Bei sieben Leuten ist es doch ein bisschen schwierig für den Imposter. Ja, weil jetzt ist es eigentlich zu einfach, einfach Tasks zu machen. Der Imposter braucht vier Kills, ne? Bei sieben Leuten. Ja. Ich mach's mal... Fünf sogar, ja, moin! Nee, nur vier, oder? Ich mach's mal ein bisschen... Nee, nee, fünf. Stimmt. Ich kann nix machen. Wo sind die Kameras? Hier nicht. Wo sind denn die Kameras? Sind die hier unten? Nee. Wo sind denn die... Ach, Security, ne? Vor allem der Imposter hat überhaupt keinen Bock auf, äh... Der macht immer nur die Lights. Der hat gar keine Lust auf andere Sachen. Der hat gar keine Lust auf andere Sachen. Bin ich jetzt tot? Ich gues an den Whitals. Aber Benni killt mich auch nicht. Der steht hier rum. Wir stehen alle einfach nur rum. Also, wenn er... Es wäre... Der Cool-Killdown ist halt schon ewig her. Dann hätte er den jederzeit machen können. Weird. Vielleicht finde ich ja eine Leiche. Jetzt kriege ich nicht nochmal Lights fixen. Das kann Benni machen. Der ist eh da oben. Ich geh mal die Specimen-Abteilung durch. Vielleicht liegt da gerade jemand zufällig rum. Da hier... Nico war hier. Der ist jetzt nicht... Ja. Hat man es gehört? Das war Conan. Oder ein Shapeshifter. Oder ein Shapeshifter. Mir ist gerade ein Conan entgegengekommen. Ich bin gerade... Ich bin gerade hier bei... Auch hier hochgelaufen. Mir ist ein Conan entgegengekommen. Wo bist du hochgelaufen? Also der Conan, wer auch immer es war, hat sich als Shapeshifter in mich verwandelt. Wo bist du hochgelaufen? Ich bin... Ich habe gerade, wo du reportet hast, tatsächlich bin ich in den Raum reingelaufen. Und da kam mir der Conan entgegen. Ich wollte gerade sagen, mir ist jemand Dunkels entgegengekommen. Aber Robji ist doch schon tot. Und du sagst gerade, es war Conan. Dann war es der Shapeshifter Conan. Alles gleich. Ich wurde wieder Rasierer. Benni war bei mir die ganze Zeit. Wir haben in den Security-Kameras geguckt. Ja. Also ich wurde jetzt auch Rasierer. Easy task win. Easy task win. Easy, easy, easy. Oh, guck mal. Das muss jetzt passen. Es kann Benni nicht sein. Es könnte höchstens ein Selfie-Pod von Xehan sein. Aber mir ist ein Conan entgegengekommen. Es klingt sehr verdästig. Ja. Nee, nee. War schon nicht. Ich war massiv verwirrt. Das war aber... Das war eine gute Runde, Rasierer. Du wurdest ja wirklich nicht... Also du warst ja nur deswegen sass, weil dich keiner gesehen hat. Genau. Du warst nur deswegen sass, weil dich keiner gesehen hat. Weil dich keiner gesehen hat und weil ständig ein Shapeshifter im Raum stand. Deswegen dachte man... Genau. Ich kill immer als Shapeshifter denjenigen, in den ich mich verwandelt hab. Schlimm. Ja. Aber bei sieben Leuten Kill-Cooldown 30 Sekunden ist auch ein bisschen heftig für einen Power-Statter. Cool Kill-Cooldown? Cool Kill-Cooldown. Das waren jetzt drei Runden und alle drei waren geil. Ist schon, ja. Aber das war... Also ich glaub, wenn man Shapeshifter ist, dann muss man auch sich manchmal sehen lassen, dass man nicht sass wird, weil man nur irgendwie da ist, ja. Aber es ist deutlich viel Shapeshifter gewesen, obwohl es nur 30% wahrscheinlich gewesen ist. In der ersten Runde, Rasierer, warst du wirklich die ganze Zeit verkleidet? Äh, ne. Also wir waren noch am Anfang noch die ganze Zeit im Labor zusammen. Also... Man kann ja... Man kann sich ja auch nicht die ganze Zeit verkleiden. Richtig. Das geht ja nicht. Aber man hat nur 10 Sekunden Cooldown, um sich neu zu verwandeln. Das ist tatsächlich recht wenig. Aber es wäre halt echt geil gewesen, wenn du irgendwie wirklich die ganze Zeit durch die Gegend gerannt wärst und es nie eine Doppelung gegeben hätte und du einfach die ganze Zeit verkleidet warst, wenn das niemandem aufgefallen wäre. Nee. Also bis du Benni gekillt hast. Aber dann war es tatsächlich, du hast Benni gekillt und dann kam Benni um die Ecke, oder wie? Ja, Benni hat er nie gekillt. Er hat alles am Ende mit Conan auch noch. Ja, okay. Dann war das tatsächlich durch den... Dann war das tatsächlich durch den Tars bei mir verdeckt. Das war echt gut gespielt. 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 Ja. Also wenn du keine Ahnung hast, wer es ist, dann ist das eigentlich gut gespielt. Hattest du jetzt, ähm, Conan, ganz kurz, hast du jetzt mehr Tasks gemacht? Ich habe jetzt eine Task mehr, eine Short-Task mehr und den Cool-Kill... Och. Die Zeit auf 25 Sekunden gestellt. Ja, Conan, wir wissen, was du meinst. Alles gut. Sehr gut. Okay. Ja, ja. Dann los geht's. In KC. Let's go. Ja. Wie lange geht die Aufnahme schon? Ich werde... ...Ruster. Fünf. Eine Stunde. Mhm. Okay. Ach so, stimmt. Wie lange geht's denn? 42 Minuten. Okay. Tschüss. Ihr fliegt. Okay, Labor haben wir wieder. Alles am Start hier. Robcho ist hier unterwegs. Ja, wo ist denn das... Ach. Ich denke immer, das ist der andere Raum und dann ist es einfach dieser Raum. Okay, da hinten muss ich auch drauf. Da war gerade Benni noch. Den habe ich noch wahrgenommen. Ich habe Robcho wahrgenommen, ich habe Benni wahrgenommen. So. So. Genau, Benni ist auch noch hier. Okay, das Besseren haben wir wieder zwei Sachen. Benni hat sich da gerade noch so schön reingesneakt. Aber ich meine, darf er ja. Lass mich meinen Download bitte machen. Das ist immer spannend, ob man ihn schafft und alles aushält, aber tut man. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, neun, zehn wollte ich noch drücken, aber darf ich nicht. Okay. Würdest du mir umsetzen, hättest du sofort geschafft. Äh, der liegt in Storage und der liegt da schon ein bisschen länger. Ich bin Scientist und als ich mit Nico in O2 war, da war er schon tot. Also das ist schon 20, 25 Sekunden her, 30 eher, denke ich. Interessant. Ja. Okay. Also Nico kann ich mir nicht vorstellen, dass er bis dahin gekommen ist. Alles klar. Ich war dann auch nur noch in Weapons, hab da Download gemacht und ja. Ich würde fast sagen, Benni kann ich clearen, weil der mit mir eigentlich die ganze Zeit jetzt in Anführungszeichen unterwegs war und wir nicht dahin konnten von Specimen aus. Ja, ja. Also ich kann folgendes sagen, Conan is crewmate. Ja. Okay, dass du das sagst. Ja, ich weiß das. Das ist richtig. Okay. Ja, guck mal. Ja. Alles klar. Also ist das Gespräch fertig? Wir können jetzt wieder aufhören. Könnt ihr mich als Crewmate verhalten? Ach so, doch, diesmal habe ich Rasierer gesehen am Anfang. Juhu. Tatsächlich ganz am Anfang habe ich auch alle gesehen, als wir gestartet sind. Ja. Ja, schon stark, ey. Er war dabei, ja. Ich bin übrigens dafür, dass wir Lights einfach nicht fixen. Rasierer war jedenfalls am Anfang in Electrical und ist dann, glaube ich, nicht mit runter Richtung O2. Also er könnte es jetzt nicht. Ja, aber das ist jetzt wieder sehr, äh... sehr... Oh, Nico, du fällst dich gar nicht. Also Robcho, Robcho war halt kurz im Labor und ist dann raus. Aber keine Ahnung, was er danach gemacht hat. Ähm, Robcho hat mir den auch noch gesehen. Er war wahrscheinlich den Xeon abgeschlachtet, ja, in Storage. In Storage? In Storage? Nee. In Storage kann ich nicht. Das kann wirklich... In Storage habe ich niemanden gekillt. Ich würde niemals... Ich würde niemals... Ich würde niemals in Storage backen. Nur in Storage nicht. In Storage würde ich niemals Leute killen. Das ist ja mega dämlich. Wer auch immer hat, wem da gekillt, der war. Das ist ganz schön dumm. Aber... No hate. Rob, ihr würdet halt zu dir passen. Scheiße, ich hätte Veggie voten müssen. Ja, morgen. Morgen. Boah, Veggie ist ja Feuer und Flamme, sehe ich jetzt erst. Ja, ja. Ich bin ja richtig, äh... Richtig heiß auf der Spur. Ja, ja. Ich wurde gewotet. Let's go. Let's go. Oh, ich wurde gewotet. Ja. Stark, stark. Muss auch einen Grund haben, mich zu killen. Ja, ist in Ordnung. Okay. Aber nicht in Storage, ne? Ach, ich müsste ja Spaciment zu Ende machen. Ach, nö. Ah, das ist doch dumm. Oh Gott, oh Gott. Das Rasierer mitläuft gefällt mir nicht. Aber andererseits ist es mir auch egal, weil die Tasks mache ich dann halt so fertig. Okay. Es war mir vergönnt, den Tasks zu Ende zu machen. Sehr schön. Ja gut, aber er hat jetzt Zeit gehabt, also Na gut Karte Sehr schön Dann gehen wir zu Weapon Ist das der Down? Oh, ist das der Download Oh ne, hat der wieder alle Türen zugemacht? Ne, hat er nicht Ach ne, das sind die scheiß Planeten Danny So, Communications Liegt der in Storage? Okay, lieber Rasierer Liegt der in Storage? Liegt der in Storage? Liegt der in Storage Okay Und Rasierer kamen Aus der Richtung Waren wir aus Admin raus Aus Admin? Ich hab den Weitels gesehen Ich hab den Weitels gesehen, Reggie ist tot und wollte ihn suchen Stop, Moment, wie kannst du denn aus Admin rausgekommen sein? Zu Beginn sind wir gemeinsam nach Specimen rein Genau, du bist dann abgehauen Ja, ich bin nach links weg Ja, ich bin nach links weg, also nach Admin Und da bist du nicht mit Genau, und dann hab ich noch weiter meine Aufgaben gemacht Ich hatte dann noch ein, zwei mehr als du Und dann bin ich dann auch hinterher gekommen Und Niko Und Niko, du hast aber ihn gerade oben bei Levertory gesehen Zumindest hast du einen Rasierer gesehen Ja, das kann sein Das kann sein, dass er von unten gekommen ist Weil ich hab ihn so gesehen Achso Ja, okay, doch Es ist schon eine ganze Weile her Weil ich bin danach noch zu Weapons Ich hab die ganzen Asteroiden abgeschossen Es dauert schon eine Zeit Es kann sein, aber ein bisschen sass bin ich schon Wer ist denn jetzt der Böse? Aber ja Keine Ahnung Wir sind uns noch nicht so sicher Rasierer, okay Wir sind uns noch nicht so sicher Also, ja, es könnte natürlich auch jemand anderes sein Ja, könnte, könnte, Fahrradkette Das hat die Schnauze und Worte irgendwas Ja, aber wir können ja auch Wir können wieder über Tasks gewinnen eigentlich Oh, Niko, bitte, mach was Ja, und wenn ich dann vote, dann ist es falsch Und wenn ich nicht Nein, also, wir sind uns alle einig Wir sind uns alle einig Ja, dann skip doch Dann skip doch Ja, ich skippe Aha, nein Wir haben ja alle geskippt Also fast alle Ihr seid trotzdem langweilig Ohne Scheiße, ich spiel nie wieder mit euch Hallo, ich hab nicht gewartet, das war Ja So Communications Fertigmachen Ist das der Download? Ach Also, nein, das ist natürlich der Upload Weil den Download hatten wir ja schon unten in Specimen Klaro So ergibt alles Also, du bist unbedingt der Rasierer aus Okay, wir voten Rob Ju Das ist eure letzte Chance, Rasierer zu voten Ja, ich wollte Rob Ju Was ist das denn? Hey, hoffentlich verspielen Das ist das denn? Ei, hoffentlich verliess Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Robe Preise Rob Ju So ist das Leben Vieso Oh Wieso wieso Diese Gruppenpsychologie möchte ich verstehen. Wieso haben jetzt drei Leute Robchu? Ich meine, er ist in keinster Weise sass gewesen. Es hat zwar genervt, dass er den Button gedrückt hat, aber deswegen wollte ich ihn noch nicht raus und riskiere zu verlieren. Was ist denn das für eine merkwürdige Gruppendynamik? Er war doch in keinster Weise. Naja. Egal. So. Wir sind jedenfalls fertig mit unseren Tasks. Und können jetzt noch ein bisschen rumsuchen. Wir werden eine Leiche finden. Und dasselbe ermordet werden. Aber wenn wir jetzt verlieren, dann war das eine echt ungünstige Entscheidung. Muss man ja einfach so sagen. Aber wir müssen über die Tasks eigentlich gewinnen. Hä? Was ist das denn? Alle bei Security? Dann müssen nur noch die Geister-Tasks machen, oder was? Hä? Dann müssen nur noch die Geister-Tasks machen. Sonst ergibt das doch gar keinen Sinn. Aber ich will jetzt auch nicht den Button drücken. Ja. Ich hab gehört. Dann muss Robio, ich sag. Dann musst nur noch die Geister-Tasks machen, weil alle drei in Security. Das war sehr lustig. Warum kickt ihr Robio raus? Das hab ich auch nicht. Ich hab auch gerade gesagt, ich möchte bitte diese Gruppen für Psychologien. Was soll ich eigentlich noch alles machen? Nur weil er genervt hat, wollte ich mich doch nicht raus. Hätte ich Robio rausgewordet. Ich hab deswegen Robio gewordet, weil ich nicht verstanden hab, warum wir jetzt Rasierer rauswolden. Ja, weil das war. Mein Gott. Oder war das halt wirklich? Ja, ich war ja auch TAS auf Rasierer. Aber ich hätte halt auch, also ich weiß nicht. Aber wieso wurden drei Leute plötzlich Robio? Ich fand, dass Rasierer das Lieder gut gespielt hat. Ja, deswegen hab ich ihn ja auch warten lassen wollen. Aber ihr seid ja lieber in eurem komischen Wölkchen voll Superhelden oder so. Keine Ahnung, was die immer so machen. Das sind übrigens immer noch so wenig TASs. Ey, ich hab tatsächlich geschrieben, ich hab euch ja geschrieben, ey, diese scheiß Wichser, ich mach meine Tasks nicht. Aber dann hab ich gesehen, Boah, ich kann gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr, ich mach keine coolen Plays, dann hab ich dir meine Aufgaben doch gemacht. Hab ich übrigens Rasierer, hab ich jemanden gesaved oder? Ne, ich hab gar keinen mehr gekillt. Also ich, ich wollt gar nicht mehr killen. Aber auch zwischendurch? Ey, du wolltest nicht mehr. Wie viele Chancen soll ich euch noch geben, mal cool zu sein? Das ist echt unglaublich. Weil einmal, einmal in Specimen stand es genau neben Conan und da hab ich Dick auf Save gedrückt, aber das ist egal, aber ab jetzt. Ab jetzt bin ich auf Schuhe-Seite, egal was. Das ist das, was du sagst. Also wenn er eine Person sagt, dann baut mir die auch. Mein Gott ey. Richtig, ich bin jetzt überzeugt. Es ist echt, wirklich, also manchmal, in Zweifel verlieren die dann, aber ihr müsst doch mal was cooles machen. Rasierer spielt jeder, ihr lasst es einfach geschehen. Mann. Bitte halt am besten. Okay, wenn ich, wenn ich Crewmate bin, killt mich zuerst, weil ich bin anscheinend hier die größte Gefahr, auf mich hört sowieso keiner. Reine Runde, reine Runde. Erstmal neuer Part, weil wir es ein bisschen zu denken übersehen. Geil, geil, alles klar. Ja, ich auch, ich auch. Ja, wir schließen den Part hier mal ab und schauen dann mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke an alle meine Fans. Tschüss, ihr Flieger. Tschüss. Guten Abend oder Morgen oder Mittag. Tschüss.